Wenn ich Lars Windhorst wäre, dann würde ich meine Anteile an der Hertha Dingsbums und Co. sowieso an irgendeinen turkmenischen Erdgas-Ehmir verramschen, schied auf die 375 Millionen Euro, die ich bis dato investiert habe. Sie wissen ja, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Wer sich so etwas freiwillig antut, der muss doch masochistisch veranlagt sein. Nach ewig langen Querelen hat Presi Gegenbauer abgedankt, da geht der ganze Zinnober fröhlich weiter. Von wegen. Wir sind alle Herthaner und wir müssen alle zusammenstehen. Jetzt aber wirklich. Thronanwärter Bernstein schießt kurz vor der Präsidentschaftswahl gegen den Aufsichtsrat, weil der, Fränki Steffel, Berlins einstigen Möchtegern-Regiermeister, in die erste Reihe buxiert hat. Fränki macht derzeit noch einen auf Obermeister Reinecke bei den Handballfüchsen. Befugnisse überschritten, plärrt Bernstein. Nö, haben wir nicht, blökt Herthers Oberaufseher Brüggemann zurück. Laut Satzung könne der Aufsichtsrat sehr wohl Empfehlungen aussprechen. Ja, kann, Herr Brüggemann, kann. Ob das allerdings in der aufgeheizten Situation auch klug ist, wage ich zu bezweifeln. Aber die blau-weiße Droidenrunde hat ja auch schon in den vergangenen Jahren mit weisen Ratschlägen nicht gerade geglänzt. Und dann wäre da noch das neue Stadion, inklusive Standortdebatte. Die Hütte stellen wir jetzt nicht mehr links unterhalb neben das Olympiastadion, sondern links oberhalb, diktierte kürzlich Sportsenatorin Spranger von den Sozen. Ihre öko-linken Koalitionspartner tippten sich an die Stirne, was Herthers Kassenwart Schiller jedoch nicht davon abhielt, einen Entwurf für das neue Wohnzimmer zu präsentieren. 45.000 Zuschauer bei internationalen Spielen, 36.000 und dreimal im Jahr zu besonderen Anlässen, zum Beispiel wenn die Bayern kommen, dann geht's zurück ins Olympiastadion. Solch ein Schwachsinn kann nur in Berlin gedeihen. Mal angenommen, Hertha schafft es in die Champions League. Ja, ich weiß, aber haben sie doch mal ein bisschen Fantasie. Also Hertha in der Champions League, Real, Liverpool, Juve. Dann bolzen die vor 36.000 Hanseln, weil die drei Spiele im Olympiastadion pro Saison schon durch sind? Und mehr sind ja angeblich nicht erlaubt. Lärmemission. Und dann quakt noch der Umweltschutz dazwischen und der Denkmalschutz und, was weiß ich, wegen der Bratwurststände wahrscheinlich auch noch der Zentralverband Naturdarm. Ja, den gibt's tatsächlich. Aber höre ich dann die Synergieeffekte bei der gemeinsamen Bewirtschaftung des gesamten Areals? Mhm, wie lange soll die olle Hertha denn rumgurken, damit sich bei geplanten Baukosten von 250 Millionen Euro, geplanten wohlgemerkt, Synergieeffekte einstellen? Bis es soweit ist, hängt doch längst ein Schild am Stadion. Wegen Einsturzgefahr betreten verboten. Ach, vergessen Sie's. Was soll ich mir den Kopf von Investor Windhorst zerbrechen? RBB24 Inforadio Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg